So meine Lieben, Willkommen zum Yum Yum. Ich glaube, ich werde die folgende aber auch kürzer machen. 20 Minuten ist echt zu viel, echt zu stressig. So, Turniere haben wir noch nicht freigeschaltet. Rezepte, ja, Kochzubehör. Wir gucken da mal ganz kurz rein. Ah, okay. Na ja, gut. Ist nett. Uh, blau. Sehr schön. Okay, dann wollen wir mal das nächste Rezept ausprobieren. Also, wir hatten jetzt Regenbogenwaffeln, Buschetta und Eiswaren letztendlich gemacht. Jetzt machen wir mal hier die gefüllte Kürbis, aber auch entspannt. Das ist überhaupt nicht entspannt. Aber ich wollte jetzt unbedingt spielen, ne? Auf die Plätze. Fertig. Los. Machen wir mal Platz machen hier. Ich hacke euch alles klein hier. Upsa. Ha, ha, ha. Richtig krass. Die letzte Tomate. Oh mein Gott. Na, ich wollte gerade sagen, das geht ja mal gar nicht, ne? Ach so, ja. Tatt, ich hab mir übelst, übelst am Anfang die übelste Probleme, ey. So, 5, 4, 2, 6, 1. 4, 6, 5, 1. 4, 6, 5, 1. Aha. Na, kann ich doch, oder? Tada. So. Auf die Plätze, fertig, los. Oh, zu früh. Sieht doch total lecker aus. Ich wusste gar nicht, was sie will. Ah, diesmal nur Mittel, ne? Oh, komm, ey. Ganz schön streng auf entspannt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Würdet ihr das spielen? Ja, nein? Also den Rhythmus hat man natürlich irgendwann mal raus. Ach, komm. Ach, komm. Ah, super. Super, super lecker. Wie, schon fertig? Oh Gott. Jetzt liegt es in der Hand der Richter. Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer, kann ich bitte noch was haben? Juhu, erzähl. Das soll Essen sein? Hm. Okay, ich sehe es genauso. Gute Arbeit. Oh. Was, das ist 6,1? Meine Geschmacksknospen wurden noch nie so verwöhnt. Ha. Du hast die grandiose silberne Trophäe gewonnen. Du hast das Zeug zum Kochstar. Hä? Ja. Das war auf entspannt. So, hier hatten wir Bronze. Und was machen wir jetzt? Jetzt haben wir noch ein paar Minuten. Wollen wir noch mal die Waffel probieren? Auf entspannt. Wir machen noch mal die Waffel auf entspannt. Geht ja ziemlich fix. Zwei, drei, vier, eins. Zwei, drei, vier, eins. Mir läuft das Wassermund zusammen. Es waren da nur trockene Zutaten. Ja. Auf die Plätze, fertig, los. Die Plätze, fertig, los. Puh, anstrengend, ne? Yay. Met Ball aus. Krieg mal Gold. Auf die Plätze, fertig, los. Das ist fies. Das ist fies. Die Plätze, fertig, los ist nach Zutaten. Die Plätze, unten,one, tonnen, 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 tonnen. Ich hoffe ich doch. Wunderschön. Jetzt aber. Goldmedaille. Und jetzt der Geschmackstest. Richter? Ich muss mir ein neues Paar Schuhe besorgen, weil sie mir nach diesem Essen weggeflogen sind. Was soll ich sagen? Ich bin einfach verblüfft. Du beherrschst dein Handwerk wirklich. Ohoioioi. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Du bist mein neuer Geschmacksheld. Und hier kommt die goldene Trophäe für unseren Gewinner. Und da haben wir es ganz toll gemacht. Super. Haben wir geschafft auf entspannt. Die Frage ist nur, mit den Turnieren wann die freigeschaltet werden. Wir sollen mal gucken. Wir könnten ja auch jedes Rezept durchsippen. Beim nächsten Mal machen wir die Einhauenhäufchen Kekse. Okay, wow. Vielleicht müssen wir auch alles auf Gold kriegen. Schauen wir mal. Machen wir auch beim nächsten Mal. Meine Lieben, was schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, wart. Seid und wart. Und dann sind wir uns beim nächsten Mal. Aber schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr dieses Spiel spielen würdet oder nicht. Wäre mal interessant zu wissen. Alles klar. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.